Moin Leute, willkommen zurück zu einer aufregenden Folge ASTRON hier mit TORDAGOTXD Es geht Wir werden, wir müssen heute Wir wurden letzte Folge von dem Erdkern hier komplett verarscht Weil wir, anstatt dass wir Dynamit brauchen, brauchen wir Schießpulver oder was das war War doch Schießpulver, richtig? Äh, Sprengpulver war das dann Lass das mal alles aufheben, was da rumliegt, oder? Ich hab gesehen, dass man für, warte mal, ich hab euch das ja auch in der letzten Folge noch gezeigt, schnell, als er offline gegangen ist Das hab ich euch schnell nochmal gezeigt, ich nehm mal kurze Verbindungen mit, ne? Ja, kannst du gerne Ich zeig's euch einfach nochmal, falls sie es vergessen haben, ne? Mhm Das war Sprengpulver, ne? Haben wir Kohlenstoff und Schwefel? Äh, ja 2x Kohlenstoff und 1x Schwefel Warte, meine Döse Aua Äh, warte, komm kurz nach oben Nee, warte, nee, 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 noch nicht, warte, ich komm zu dir Hier ist ein merkwürdiger Würfel, den würde ich gerne mitnehmen wollen, warte mal kurz Was ist denn? Dieser merkwürdige Würfel, weißt du? Und hier ist noch so ein Sauerstofftank Ja, aber der ist egal, der Würfel, der ist egal Ich nehm den Sauerstoff-Tank mit, ey, leckt mich doch Ich nehm kurz den Sauerstoff-Tank mit, weil bei mir geht das immer so schnell alle Warte, Jason, du musst dich einmal, können wir kurz sagen Wait Ich bin hier beim Fahrzeug, warte mal, wo bist du? Ich bin in der Mitte Ja, es kann sein, ja, ich bin außerhalb der Mitte, oder bist du drinnen, also so Ich bin im Kern drinnen Hallo, ich bin hinter dir Hinter mir Okay, Jason muss aber die Augen zumachen Warte, stell ich mal genau da hin Warte, ich muss nen Zaubertrick machen, okay Stell ich einmal genau hier hin, bitte So hin? Ja Warte Kamera nach vorne drehen, okay Warte Einmal das, dass du hier so ungefähr stehst Wie ungefähr? Wo bist du? Ja komm her Da, da wo ich grad stehen musst du hin, genau, und dann schaust du hier hin Zu der Mitte Ja, also musst du einmal kurz die Augen zumachen Ja Oh, ich hab's gesehen Oh, ich hab's gesehen Oh, ich hab's kurz die Augen zu Oh nein, was ist das? Jason ist einfach gespawnt Was? Sprengpulver? Was? Nein, ich hab's doch in deinem Rucksack gesehen, hallo Du warst doch Sprengpulver? Ich hab' in deinem Rucksack gesehen Das hat jeder glaube ich zu Wo kommt dieses Sprengpulver denn hier? Ey, ich schwöre, das hat sogar, das hat sogar ich gesehen, dass du's in deinem Rucksack hast Also dieses Sprengpulver, also wirklich, das ist einfach gespawnt Oh mein Gott, kommt Leute, wir tun so Also ich bin auf jeden Fall nicht grad eben noch mit der Rakete zu Silber geflogen, um das ganz schnell zu machen Nein, nein Ah, also hab ich dir noch, so gesagt, Zeit gemacht, ne? Ja Was wär der nächste Planetreihen theoretisch? Ja, äh, den hier Der aktivierte, die aktivierte Ecke hier Ja, ne, also nicht oben rechts, das ist nämlich dieses Raumschiff, ne? Ähm, ich bin voll, deswegen, ich muss was wegpacken Ah, was du essen? Ähm, ganz schnell weg Ja, klar, ähm, wo ist meine Raketen nochmal gewesen? Ah, du hast ihn noch drauf So, beide, da war da, da wird erstmal, erstmal Warte, hier ist ein, äh, Schubdüse Wie kannst du denn? Äh, du, du hast auch die Energie, ne? Jep, ich hab' alles dabei Geben mal unsere beiden Batterien wieder mit So, jetzt hab' ich keinen Platz mehr, ich hab' Verbindungen Ich hab' diesen merkwürdigen Würfel, würde ich gerne mitnehmen wollen Warte mal, das mitzunehmen In deinen Den kann man leider nicht in den Rucksack packen, ne? Ja, 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 Raumschiff, Raumschiff So, oder lass uns einfach beide beladen, wer weiß Ja, ja, beide beladen Ach, stimmt, ja, meiner war das ja mit diesen, mit diesen komischen Tank hier, ne? Ja, und hier haben wir Schwefel gesammelt Am Anfangs jetzt sogar, ja, da kann ich zwei mitnehmen Ja, meine hält, meine hält noch einmal aus, also einmal nach Silver, würde ich sagen Für beide Raketenräumer Und dann... Äh, ja Ach, stimmt, ja, ich hab' ja den Auftrieb gestern gebaut, ne? Äh, ganz kurz die noch Solarplatte zu meinem Raumschiff tragen Ich find' das Spiel Ich würd', wenn wir das Spiel durch haben, würde ich Wie bei jedem Spiel gerne, wenn ich das fertig hab' Ein kleines So ein kleines, äh Also es wird dann so am Ende noch ein finalen Video drin sein, dass ich einfach sage, wie gut ich das Spiel fand, ne? Eine Review machen, ja Ja, wenn du Bock hast, kannst du auch eine sagen Oh, komm, verdammt Au, scheiße, meine Rakete hat was, hat eine Sache nicht drin Was dann? Äh, Dings, wie heißt das Teil nochmal? Wo ist das Teil? Das ist der Sauerstoffmacher Ich bau', ich bau' das Teil für meine Rakete, sonst kann ich nicht starten Ach, hier ist es Ne, 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 warte Das brauchst du nicht zum Starten, das ist einfach nur, aber der hat unser ganzes Strom hier keinen Ja, das mein' ich auch, das brauch' ich für meine Rakete Ja, obwohl der nehm' ich halt meins raus Wo ist der drin? Der muss einfach meinen Sauerstoff machen Meiner ist drin Meiner ist drin Meiner jetzt raus und wir gehen in die Base, weil ich keinen Bock hab' Die ganze Verbindungen ausgehen Wenn wir irgendwann wieder hier hinkommen Was wahrscheinlich nur 3000, glaub' ich nur ein-, zweimal passieren wird Oder überhaupt passieren wird Äh, wollen wir noch ein bisschen Aluminium mitnehmen? Ich dachte, hier ist eins, welches in der Nähe, ne? Oh komm' HAAAGH Oh, er streit einfach Das ist mein Nieser 2023, Alter Wohl, ich nehm' diesen, ey, ich nehm' diesen merkwürdigen Stein mit, dann können wir ihn zu unserer Sammlung packen, ne? Dieser, dieser leuchtende, seltsame Gegenstand Für unsere Sammlung Ach, äh, ey, das war bei meiner Leiche drin, du Wieser Nein, das hang' am Auto Das hang' am Auto Das hang' am Auto Das hang' am Auto Nein, was Das hang' am Auto Oh, sind wir, oooh Das hang' alles am Auto, deswegen, ich hab's mitgenommen Hast du alles vom Auto mitgenommen? Also ich hab' alles mitgenommen, was es gab Es war, es sind nur noch Batterie Auch vom Auto Ja, da dran hing nur noch ne Batterie Oder war da einmal M-M-M-Vtor Ah, komm, das reicht sogar Die Batterie und das andere musst du selbst tun, weil das sind nur noch die Batterie und das andere Mehr kann ich nicht mitnehmen Oh mein Gott, wie Oh, Planetenkern, oh Die ist aber sehr schön Die hab' ja auch nicht Vier Stunden in der Spielzeit gefangen Oh mein Gott, wie Oh, der Bohrer Er ist, er ist hingebuckt Er ist hier hingebuckt Der, der Hab' ich den Bohrer vergessen? Der, der, der Bohrer Das ist alles hier Alles fliegt plötzlich Hä? Buggy So, dieser Bohrer ist plötzlich weggebuckt oder so Dieser Bohrkopf von unserem Auto Der ist weggepackt und ich dann so Rippe an den Bohrkopf Sag mal, das ist doch dein Sauerstofftank, oder? Den ich hab' Ich hab' keinen mehr Ich hatte zwei eigentlich Ich pack' den einen hier hin Bei dieser Hier Also, ne, ne, mach' beide Wir machen das auch Okay, dann geb' ich den Ab Silver Ich würd' Silver sagen Ja Jeder von uns, glaub' ich, einen, oder? Unser Auto Hat Jason unser Auto gegessen? Nein, das müsste da immer noch stehen Ich hab' nur etwas Gewicht Ich hab' nicht da weggenommen Alles gut Hä? Warte Ah, ja, ja Gott Brauchen wir eigentlich das, ähm, Astronium auf unserem Planeten? Wir brauchen Wir haben nicht ein Astronium Astronium ist eigentlich das wichtigste Erz im ganzen Spiel Dann nehm' ich's halt mal mit meinem Backpack Also Ich will mir mal kurz, nochmal kurz aus Blaune Werde ich mir den neuen Anzug anziehen Blaune Äh, ich hab' alles, oder? Ja Ja Ja, nice Kostüm Und der nächste Planet auf dieser Liste wär' Vesania Ja, da haben wir auch schon ne ganz kleine Base Mauts Dann haben wir die kommende gegriffen und alles davon genommen Weil wir gesagt haben Ich würd' sagen, bevor wir dann nochmal hingehen, würd' ich erstmal sagen Also bevor wir in Vesania wahrscheinlich hier den Kern machen würden Ich glaub' dann sammeln wir erstmal dort die ganzen Ressourcen, die's da gibt, oder? Ich glaub' wir gehen ja Aber ich glaub' wir machen Warte Was haben wir noch? Auf Die muss Solarplatte gegriffen Alle Ja, die Base hat nur noch Drei von diesen kleinen Hallo Du wolltest alle mithaben Jetzt sind alle drin Jetzt können wir los Woher Base? Okay, zu welchen Planeten gehen wir? Äh Welchen wohl? Äh Silver Silver Und dann Ich glaub' so nächste Folge oder so nach Vesania Wieder Vesania Wieso Boah, sie sich aufsprach Wird auch immer sprach Vesania Ey, ey, ey Ich kann's nicht so gut aussprechen Silver Was heißt Silver Klassio Alter, guck mal wie weit Klassio weg ist Arthrox ist richtig an der Sonne dran Der knutscht vor mich die Sonne Silver Was meinst Arthrox? Oder Arthrox Silver Silver Ey, sonst sag ich eigentlich immer Silver Jetzt sag ich Sylv 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 Ey was Oh Gott, ich bin ja gerade komplett vergewaltigt Ey, ich wollt nicht vergewaltigt sagen Boah, aber jetzt haben wir ja Jetzt haben wir Ich wollt gerade nicht vergewaltigt Ey, Kontext, aber wir haben jetzt hier Sorry, ich hab ein bisschen zu viel Softball gezockt Fedo Priester Ey, es ist einfach so random Sauerstoff, Dings Okay, wo ist unsere Heimat? Ah ne, warte Jason Aber wir haben glaube ich auch ein Solarmodul noch mitgenommen Ja, ich bin noch nicht mal dabei Da, ich muss erst ankommen Oh, einmal mehr Oh Gott, es leckt Oh Gott Die kleinen Windturbinen sind Ja, die Windturbinen, Alter Sind so laut Jede Eisende ist so normal laut Wo soll ich eigentlich hin mit diesem Ammonium? Astronium, meinst ich? Astronium? Ja, da haben wir auch kein Lager für, für Astronium Und für das komische Gas Das ist praktisch Ich muss eigentlich nochmal ein Gaslager machen Ähm Und das Kupfer? Kupfer war ja hier irgendwo Oh, ich will nicht mehr suchen Ich hasse suchen Wir brauchen so viel Astronium Leer Titan Blablabla Wolfram Keram Ich glaube, es muss immer forschen Ich seh nix Kupfer Auch noch einige hat Wolfram Leer, Leer Ah, ich hasse diese Ordnung Manchmal würde ich die Ordnung echt mal reinhauen wollen Oben bruch eigentlich immer ein neues Lager Aber nur für die Dinger hier Weil ich leg das Kupfer erstmal hier hin Ich glaub, wir haben noch keinen dieser Lager, oder? Oh Habs gefunden Doch, wir haben Kupferlager haben ja Warte mal, habe ich den Kupferlager eigentlich ausgemacht? Das Kupferlager Warte mal, ich pack mal das Ammonium Astronium, meinte ich hier neben dieser komischen Plastikfigur Ne, wir packen einfach hier das Rhinom Lager Warte mal, ich muss erstmal ein paar Sachen loswerden Ich pack das mal das Rhinom Lager Ich so, der kurz Sachen loswerden muss Hier übrigens den Sauerstofftank Ich pack einmal hier hin Zu dieser Figur So, wo soll ich mit das hin? Nein, bitte, nein, nein, wo? Das ist... Hier ist unser Rhinom Scherz Die Figur muss ich eigentlich auch noch hin Astronium, wohin damit? Ich pack das ja in die Lava Da, in die Lava Ich hab keine Ahnung Ah, ich vergesse es langsam Oh Sanya Ah, ich mach's da mit Sehr kleine Batterien Ich hab die Gun sogar hier Battery 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 So Ah ja, die Strategie ist genau Du wollen uns erstmal selber upgraden wieder als nächstes Selber upgraden Aber... Lachen Das war das gerade Ich muss ganz kurz überlegen Ja, das Wollen wir mal gucken, was wir für neue Bohrstecken und sowas brauchen Ja Wie das aussieht, wenn der läuft, guck dir's mal an Ich mach Marathon Ich mach Marathon Ich mach Marathon Ich mach Marathon Dieses Lava Ich hab Steckstoffe jetzt Wuii Ich schneide die Schwefel haben wir jetzt Wuii Wir können... Wir können... Wir können... Schwefel ist nur für Springstoff da Warte mal für Bohrstecken Wir haben übrigens einen neuen Anzug freigeschaltet, ne? Ich warte mal sonst schon Du musst dir das Lauf mal angucken, das ist witzig von diesem Anzug Der ist komplett beschissen, dieser Lauf Warte Ja, halt ja, jetzt müssen Jason helfen, also Ich muss auch mal je... Wo hast du den denn her? Als ob den wir ja freigeschaltet haben Ey, das macht der ja noch nicht Ja, den haben wir noch nicht mal freigeschaltet Freigeschaltet mit und noch weiter Ja, den hab ich nicht freigeschaltet Warte kurz Ich hab den Wüstenanzug Wuii Wüstenanzug Den haben wir freigeschaltet Und noch weiter Ey, bei dir fliegt ja der Rucksack Wahrscheinlich Wahrscheinlich Und noch weiter Wo ist der? Ich glaub der war sogar unter dem anderem Neben diesem hässigen Kostüm, den du gerade an hast Unter dem exotische... unter diesem exotischer Anzug Da unter... Da ist der Wüstenanzug Kalidor weckt Hä? Als ob der nicht bei dir ist Und noch weiter Oh mein Gott, der nächste Anzug Der nächste Fee war das Äh... Äh... Das war Kalidor erweckt Das ist ja... Ja... Ja, das ist cool Daneben Da steht oben Klein in der Ecke Wüstenanzug Ja, ja... Ich will wissen Ja, ich... Warte, warum renn ich so schnell? Äh... Okay... Drucker hat wieder was Neues Ähm... Schredder hat wieder was Neues zum Schreddy Freischaltung mit Und noch weiter Trophäe Aber immer muss ich einen in den unten Und noch weiter Trophäe Ähm... Übrigens, wir haben hier noch so'n... Mittleren Gaskanister, ne? Mit Schwefel Ja, pack dir was Äh... Röntgen hin Keine Ahnung, wo die Trophäe ist Wohin damit? Keine Ahnung, der Schredd trocken ins Gehöl Zweitbohnen müssen Leck mich doch einfach am Arsch Ich frag, wohin? Keine Antwort Wo... Ob ich die Trophäe her... Ich weiß es nicht Aber ich hab die Trophäe auf jeden Fall Warte Neh... Ich glaub der Schredder ist zu voll Aber irgendwie... Wie beißt sich das nicht an? Ich hab mir eben gespielt mein Anzug da Also... Das ist doch eh so Bei anderen fällt es sich auch Man muss nach denen so gehen dann Du halt welchen Anzug? Wie bitte? Hm... Ich hab den Wüstenanzug Wüstenanzug... Wo nehm ich... Weißt du den nicht für... Ne aber den haben wir noch gar nicht Die dürfen wir auch gar nicht benutzen Welcher... Ja den haben wir auch noch nicht Oder? Haben wir den schon? Ich hab ihn in Englisch schon Aber ich weiß nicht wieso Ach ist das dieser mit diesen Strichen hier? Ist das der hier gewesen? Ja Für Artox... Und wie hast du den galaktischen Anzug freigeschaltet? Weiß ich nicht Kann ich hier ne Kamera machen? Ja den hab ich letztes mal erforscht für uns vergessen Wo... Wo kannst du mit auch von irgendwelche Scheiße... Wesania... Wesania... Sonne niedrig... Wind hoch... Sonne niedrig aber Wind hoch Das heißt bei Wesania brauchen wir sehr viele... Äh... Bin Tobi Ich hab das einfach nur weil... Weil du es wolltest... Hupst du Ich bin direkt hier bei meiner Rakete Was war das? Oh Gott er macht Fotos Oh Gott ist das scheiße Wie hell ist das? Äh... Oh... Das war das... Dein Vogel Alter geile schwarz-weiß Fächer Ey gib mir mal Ich will mal gucken Alter So scheiße Lass das schreddern Lass das wegschreddern What the fuck? Alter Warte 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 Gib her gib her Hör mal kurz Oh mein Gott was sind das hier geile Leute Oh mein Gott Also das ist hier die Königin Prozern Wir müssen uns irgendwo hinstellen Wir müssen uns irgendwo cool hinstellen Das kommt aufm Werk Das ist so scheiße Wir sind die ersten Menschen Jemals in Weltraum Mit einer Fotokamera Ja von uns gibt's auch schon ein paar andere Da kannst du sogar so ein Mal finden Weil das ist so einfach wo ich jetzt Richtig der ist Warte Du willst jetzt nicht ernst mit Fotos machen von uns Guck mal vor da doch Warte wie rum Ich werd mal ein bi... Oh mein Gott da ist das ein bisschen zu schief Warte also Zeit für ein schwarz-weiß-filter Warte ich mach einmal den... Äh auszusagen Er muss auch neben mich alter Ich bin tot Das ist wahrscheinlich nur schwarz-weiß-filter Alter Das ist wahrscheinlich nur schwarz-weiß-filter Alter Lächel Ich... Ich... Hey... Weil die Kamera bleibt Hast du durch so'n Sprung schwämen Ich... Bohrenpassung 1 Ich... Ey lass uns mal ein Kran bauen Chatbag erforschen Glaub ich kann... Ne... Warte Ich hab irgendwo noch Hydrazin Ich hab irgendwo noch Hydrazin Ist irgendwo noch ein Hydrazin Was ist das? Halt kurz rosen Muss aber mitsuchen Gennau so aus War der verfeind aus Harmonium Hab eins gefunden Kann sogar eins herstellen Ey ich hab den Hydrazin Gut warte Ist direkt hinter dir aufboden Ich weiss nicht warum Irgendwie lag es da hinten Bei diesem Arm Das ist wirklich komisch, aber mal kurz, das hier, das ist auch immer unser Random Lager, warte, bohrenpassung, ich habe mein Sauerstoffteil am Staubsauger, warte, Geschwindigkeit habe ich einmal, aber wie kann, wir warten, ich glaube ich kann beide besseren Bohrer bauen, ja wahrscheinlich ist Versani ja auch, Aber wie stark ist der Boden in Visenia, wie stark würde der wahrscheinlich sein? Weiß ich nicht, nein wir haben kein Grafit, du musst Grafit holen, nein leck mich am Arsch, oh ja dann keinen neuen Bohrer, das machen wir Menschen mal gemeinsam, ich habe keinen Bock mehr da runter zu gehen und zu sterben, du wolltest an der Oberfläche auch, Grafit ne? Grafit Komm her, ich kann es dir hier schenken Schenken? Die Lage ist leer, das müssen, wieso, warte, wir können auch durch mit unserem großen Ernsthaft, was hast du mir jetzt gesagt? Also wir können mit unserem großen Bohrer auch durch umfahren Ich mache hier gerade Grafit, ich mache hier gerade Grafit Wie viel? Zwei Eigentlich stand da ja zwei, aber irgendwie macht er hier gerade nur einen Wahrscheinlich, weil da kein Ja, weil du da kein Tanking gemacht hast, das Ding ist nicht vollgeführt Das war voll viel sowas, das war da auf beides auf zwei stand da sogar Voll, zwei Achso, doch, es sind zwei Okay Jason, schau mal, schau mal Das ist das teuerste, was du jemals gesehen hast Bei Wecker produziert Das teuerste, was du besitzen Diamant Scheiße Wenn wir das, wenn wir das für Visenia brauchen, ne, dann, ne Oh, wir haben einfach Diamant Ja, hier ist dein Grafit, ne? Ja, warte Zwei Grafit Du hast ne Bohrenpassung Stufe 3 gebaut Oh, sie gerade Wie sie direkt dran ist Das Das ist die stärkste Bohrenpassung im Spiel, warte Warte, ich will sie einmal kurz Warte, ich will sie mir nochmal kurz durchlegen Darf ich kurz? Ja, mach Machst du jetzt Okay Ja Hast du die, warte, die Boost Anpassung? Die Breite Anpassung? Die Boost Anpassung besteht aus Zink Also, die Pore, die Pore, die Pore, die Pore Passung Stufe 3 gehört Diamant Also, wir brauchen die, wir können die Breite Anpassung noch machen, wenn du willst Ja, Pore Anpassung Stufe 3 brauche ich nicht auch noch. Ja, stimmt. Aber wir müssen erstmal gucken, wie gut die ist. Wir haben ja die große Höhle. Wir haben ja das nicht in Klas hier gemacht. Weiß ich nicht. Da kann man auch hinzufliegen. Warte kurz, bauen wir hier irgendwie in den Berg. Der Berg ist relativ schwer abzubauen, oder? Versuch mal, Berge abzubauen. Ja, ich komme nicht an so eine Reichweite. Hallo. Ja, du sollst ja hoch kommen. Ich habe bereits gefunden, Spaß. Ich denke fast. Also springen, ja. Okay, ich komme bis hierhin. Ja, wo du soll... du sollst auf Beine. Okay, ja, ich glaube, ich glaube, das ist gleich stark. Würde ich auf Glas so gehen, glaube ich. Ich glaube, das Taikan, glaube ich, sogar schwereren Boden zerstören, ne? Ja, dafür ist das ja. Ich skate ja immer noch. Warte, ich mache erstmal... wo ist unser Zinklager? Dann... ...Wolfram... ...Dynamid... ...Glas... ...Eisen... ...Veststoff Sprungbooster... ...besteht aus... ...Aluminiumlegierung. Die Dynamit besteht ja aus Sprengpulver Flutlicht Wolfram Ernsthaft ein Verpack... Ach stimmt, ja, Verpackung Kleine Kamera besteht aus Ernsthaft nicht, diese Chips Gemisch Ja, die Breite, äh, die Die Boost-Anpassung hast du schon, ne? Äh, Boost-Anpassung? Ja, die Boost-Anpassung hast du ja schon, ne? Ich habe keine Ahnung An einem Bohrer, hä? Ich muss gucken, ob du an einem Bohrer die Boost-Anpassung hast Hier ist auf jeden Fall die Breite Oh, lol, das ist breiter Lol Ne, eine Boost-Anpassung habe ich nicht Schon die ganze Zeit Krass du Nein, guck doch Das ist der Mio Was ist das? Das war mein Sauerstoff-Tank Äh, wenn du keine hast Ja, das ist... Ja, warte, dann mache ich dir noch eine Hier ist deine, äh, Boost-Anpassung Oh, fuck, wo bist du? Und da Na ja, jetzt habe ich aber eine Och, schau, schau, wie breit der ist jetzt Und hier ist Boost Wo soll ich damit hin? Auch auf den Bohrer Also Breite und Boost-Anpassung Und die Stärke Also der ist schnell, breit Und jetzt kann er auch Also brauche ich diesen Erdfilter eigentlich Oder brauche ich den nicht? Äh, ich glaube, den musst du... Den kannst du im Inventar einfach Also ohne den kannst du nicht bauen Also den musst du, glaube ich, irgendwo im Inventar lassen Aber den musst du unbedingt an dein Bohrer dran Dann lasse ich die ersten zwei Stellen aus Bei meinem Rucksack Und nehme einfach das hier erstmal mit Gut Ah, da ist aber kein Hydrazin mehr Würdest du eigentlich sagen, dass das letztes Mal in der 10 von 10 ist? Ja, okay, da ist mir gegen Grafie-Train Außer Part 8 Mit dem Saftsack Ja, hier liegt immer noch Grafit Ja, zwei Genau hier Dann nimm die doch mal mit Wo ist unser Grafit-Lager hier? Gut, da ist mir egenes Grafit Äh, wo ist unser Auto? Kannst du erstmal das Grafit da reinpacken, bitte? Haben wir unser Auto Gebrieft? Ähm, das haben wir doch mitgenommen Ne, warte, aber eins ist hier noch Das heißt, wir brauchen einen von dem Einen Einen Dicken Sitz Und ich glaube, den Sitz haben wir sogar mit Ja, doch, wir haben die Sitz mitgenommen, oder? Ja Okay, warte Und dann bringe ich das Timer zu dir, wenn du Oder willst du hier hinfahren? Hä? Willst du da hinfahren? Ich will zu, ja Zwei Kunststoffein-Gummi Äh, Drazen, zwei Kunststoffein-Gummi herstellen, bitte Hallo Ja, dass es schnell geht Sie müssen ja beide ergriffen können Zwei Kunststoffein-Gummi Zwei Kunststoffein-Gummi Zwei Kunststoffein-Gummi Und dieses schwarze D люб Das ist Stickstoff Ne Von unserem Treépel Ja, so Ah Kohlenstoff Jo Es war das andere Gimisch Ey, leck doch meine Eier Ich hab noch nie in meinem Leben so viel leckt auf meine Eier gesagt, Alter. Ja, was keins mehr, ne? Warte mal, ich geh mal kurz hier noch unten unter mir gemischt, weil ich hasse Suchen. Ich hab noch nie Suchen so sehr gehasst wie jetzt. Rutscht da, dass es einfach 32 Dings einfach so gut ist. Ah, ich hab ne Trophäe bekommen. Ey, rutsch mal die Rampe, rutsch mal hier in die Hülle runter. Mach einmal, dann kriegst du ne Trophäe. Du musst nur rutschen. Wer will die Trophäe nicht? Ich hab aber kein Trophäe bekommen, ich bin gestorben, danke. Ich hab ein Trophäe bekommen, die heißt Hang 10 von 12, oder hast du die schon? Weiß ich nicht, ich hab keine bekommen. Wahrscheinlich hast du die schon. Ich bin aber gestorben. Ja, ich bin auch auf der Rampe hier runtergerutscht. Oder du bist einfach nur zu fett. Ich bin jetzt in das Combat runtergerutscht und auch nichts passiert. Ich hab neue Beuze. Ich hab ein Trophäe erhalten. Wir sind jetzt erst hier nach unten gegangen, um gemischt zu holen. Nö, für Forschung. Ach, ist gut, Forschung ist immer gut. Weil wenn eine gewisse Person alles für den Bahnhof ausgibt... Lass mal einen Bahnhof bauen. Ja, musst du echt später machen, weil Bahnhof später gut ist. Aber das war jetzt noch nicht. Ja, das wäre das einfach Schien vom Planet zum Planet, alter Ei. Wo ist denn das beschackte Gemisch? Ach hier. Ich hab schon mal den besten Bohrer im Spiel, den du haben kannst. Dann muss ich den auch irgendwann nochmal machen. Ich hab grad so viele Fragen. Warum ist der Gemisch mitgeteilt mit dem Harz hier zusammen? Ja, auf der einen Seite ist Gemisch auf der anderen Seite ist Harz. Irgendwie ist das Harzteil aus, oder? Naja, ist es nicht aus. Es ist einfach nur voll zu viel Harz. Deswegen kann ich eigentlich den anderen Bohrer auch noch aktivieren. Aber das System funktioniert echt nicht so gut. Ich werde immer Neues machen. Kunststoff, was wolltest du danach nochmal haben? Ein Gummi, ein Kunststoff, zwei. Dein Kunststoff wird grad gebaut. Oh, nochmal zwei, Kunststoff. Den mach ich mir selber. Da ist ein Kunststoff. Wie geht der jetzt da aus? Soll ich das wissen? Ich bin nicht allwissend. Ich weiß nicht mal, was dein Kunststoff jetzt, weil ich cool bin. Hier, ich pack das Graphiteil mal da hinten zu dem Fahrzeug, ne? Da musst du mal ein Gummi herstellen. Achso, nein, ja, achso, ja, ja. Okay, was ist das hier? Das hier ist unser großer Warbur, ne? Wir wissen. Warte mal. Perfekt. What do you do? Das ist unser Graphiteil. Wie viel ist der? Zwei, drei von vier. Hä? Drei von vier? Zwei von 32. Warum schneidet er grad drei von vier? Also nicht. Ja, auf dem Erde müsste er Feuer machen. Ammonium. Oh Gott. Halt schon. Ich will mal ganz kurz da nach hinten mal. Ich will mal kurz was gucken. Wir sehen uns gleich wieder, ne? Ich will das gucken, wir gehen dann mal weg. Ich bin in... Keine Ahnung. Acht Minuten zurück. Oh. Ich will das nicht verlassen, ne? Ich hab was gesehen. Da muss ich hin. Letztens, als ich mit dem Warbur hierher heran gefahren bin, ne? Hab ich hier irgendwo in der Nähe noch so ein Forschungsgegenstand gesehen, das will ich jetzt haben. Wo auch immer das war, ich glaub... Och ne, ich glaub ich weiß, wo ist es. Bin hier hier einmal im Kreis gefahren. Höh, höh, höh. Das komische ist, hier hinten bei dem Alien-Tempel ist auch super viel Ammonium, ne? Das ist gut. Ammonium. Und ultra viele Bytes. Auch bin ich dumm. Ist mir ganz arg. Zank. Ich überleg, vielleicht mache ich nächsten Monat oder so, mache ich Terraria Let's Play. Muss ich mal gucken. Ob ich es eigentlich will, ist ja hauptsächlich die Frage, ne? Oh, wo ist dieses Kack? Also, dass ich alles schon mitgenommen habe, ne? Ob ich da einmal links gefahren bin, alles in der Richtung bin ich einmal links gefahren und alles geholt. So, unser Ding ist wieder fertig. Verbindungen brauchte ich eigentlich auch mal wieder. Oh, meinst du? Oh, meinst du! erst mal strecken das wichtigste na gut, wir haben jetzt wieder einen Rover und einen Rover-Sitz ich hab das, ich hab das Forschungsgegenstand gefunden und ich mach für uns zur Sicherheit auch noch mal ein paar Verbindungen hin vielleicht brauchen wir die irgendwann mal, ne? weil sie jetzt nicht aufwürfen sind mein Sicherheit geht vor das recht oh mein Gott, ich hab zwei Verbindungen, ich glaub ich geh gleich noch mal hier hin ich hab noch ein Forschungsgegenstand gefunden ich glaub das wird ein bisschen dauern bis ich bei dir bin, ne? boah da haben wir nur noch mal ein bisschen Graffiti mit dem Gondor ich bin ganz schön, ich bin bei den Spalten ja kommst du uns zwei Minuten wieder hier kann man bitte mal auf, ey, ich muss wortwörtlich mal aufhören, zwei Minuten falsch zu denken ich mein niemanden, wortwörtlich niemanden, ein Ort spalten aber doch, die Region heißt Spalten Arschritze vor allem ich will mal was versuchen also ich mein, früher gab's das hier gibt's das ja immer noch es ist immer noch dasselbe Spiel ja, aber vielleicht haben sie's rausgeplascht aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? von 1 bis 100 ich glaub ich muss gleich nochmal zurückgehen, weil ich hab dann noch eine Forschungsgegenstand gefunden natürlich schuldig grad zu viele Forschungsgegenstände für uns zu finden, ne? warte mal, mein Hitzer trutscht boah, ich weiß, ob's den Gegenstand doch gibt dann erzählen sie uns, was das darüber wir wissen nicht, was sie meinen warte ich bin auf jeden Fall noch also dir ist schon klar, dass man PS Plus bald abläuft, ne? ja, sagst du alles bis zum Kunden und du dich ein bisschen, wir uns dann ein bisschen bei allem, so ein bisschen wie... das ist ja nicht alles oh, nee warte ah, ich bin grade eh beschäftigt, wir sehen uns euch wieder, ne? ich will das dann auch nochmal ich lauf extra nach hinten, richtig ah, dann bloß ab ja, oh, nee, das ist schlecht ich überlege, vielleicht mach ich irgendwann mal also wenn du mal wieder Bock hast Astronia Staffel 2 das heißt, wir spielen jetzt zweimal für YouTube extra durch einmal zum Spaß das heißt, einmal wir machen einfach nur Scheiße, weißt du? und einmal hier zum Ernst Ernst mein... also wir machen das glaub ich grad zum Ernst, ne? ne? im Ernst im Ernst? hättem wir nicht gedacht hättem wir nicht gedacht hättem wir nicht gedacht ne na gut, toller Gott XD, ich glaub dein Mikrofon ist ein bisschen... ich glaub manchmal bei dir ruckelt... kann das sein, dass bei dir manchmal das Mikrofon ruckelt? ne, das ist eh... ich glaube mal kohle, dass gerade eben's... ja, ich jetz cứ ja so... hab das letzte Forschungsgegenstand, ne? wir die oppe ne Indiae wo kann ich versuchen... so... ja was ist mit dem Controller los, als er so was macht eigentlich? also nicht, äh... wo warst du jetzt? Ich bin hier, ich hole noch mal das letzte Forschungsgegenstand, was ich noch mal holen wollte. Bei den Spalten war es so, ne? Ja. Bei den guten alten Spalten, bei den A-Spalten. Ich komme ja eh wieder zurück, also. Ich habe das Forschungsgegenstand, alles was ich wollte, erreicht. Erreicht. Ganz hinten draufpacken. Ach, ist das das Fahrzeug? Ja, wo soll ich es hinpacken? Hinten? Hinten, ja. Pass auf, das Loch auf. Wo haben wir gerade Video, glaube ich, gefunden. Ich sehe diesen Kack fehlt da die ganze Zeit, eben bei dem Gesicht drin. Alter, es ruckelt so heftig, es lag so heftig. Es ist so ekelhaft. Wenn du den richtigen Stack drückst, kannst du übrigens die Ansicht ändern. Ach ja, das weiß ich schon seit dem letzten Mal, aber habe ich es vergessen, ständig. Obwohl ich mir gestern nochmal die Steuerung angeguckt habe. Soll ich es nochmal auftauchen? Beim anderen bitte. Recht? Wenn ich meine Kamera dahin prägen würde, dann ja. Bitte nochmal mal ein bisschen Refeed. Dann war es nicht, ob man in den Bergen befindet. Dieses Video ist ja klar, so erweckt, weil wir haben da ja heute endlich nichts erweckt. Wie soll Gemisch? Gemisch. 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 Ich habe ja, ich habe eh die Befürchtung, dass wir kein Gemisch mehr brauchen. So stark. Er hat noch eine schon für alles. Es hat so schräg Musik. Er hat immer Grafizis, weiß wie Grafizis aussieht. Ja, und nachher drehe ich das Overwatch-Video. Also können wir später nochmal wo eine Zange haben, wenn ihr jetzt. Was ist jetzt mal diesen anderen Stoff? Ist fast wie bei Killzone, Alter. Wir fahren, wir sterben, wir fähren uns verlaufen. Bloß, dass sich die meisten, als wir es auf einen YouTube-Account, sich nur auf Singleplayer konzentriert, oder? Oh, ja. Oh, ich bin schon. Oh, so Fortnite. Das hatte ich ja zu 11 Mal mit zu... Oh, warte mal. Halt mich kurz an. Ja, die Forschung. Forschung ist sehr wichtig. Boah, Alter, habe ich ja... Äh, was? Okay, ciao! Ich weiß nicht warum, irgendwie bin ich hier gerade aus dem Fahrzeug gekippt, geflogen. Nein, Trotisch. Oh, Trotisch, unendlich, organisches Ressourcenfahren. Oh, das sei mal. Hey! Das war jetzt auch nicht. Alter. Das braucht dieses Spiel immer so lange. Das Spiel rafft nicht, dass du einfach da wartest, bis du eigentlich reinkommen kannst. Grafit? Irgendwo Grafit. Da hinten. Oder ist das Grafit? Dieser grüne Stein war nochmal, was war das? Ja, ich glaube, es war Kupfer, aber da können wir auch an Massen mitnehmen. Hier nehmen wir den einfach mit. Boah, zwar mehr Grafit, aber komm. Und erstmal müssen wir ein bisschen mit dem Bohrer ab. Warte, aber vorher müssen wir... Harte kurz. Müssen kurz den Tank umpolen. Warte. Boah, ich muss einmal kurz eins sammeln. Ich halte so lange den Tank auf, dass er nicht umguckt. Müssen gerade stellen. Jetzt polen wir ihn auf dem Malachit. Das ist auf Malachit gepolt. Äh. Jetzt kann ich reingehen. Ey, nicht schon wieder. Ich trete doch schon so auf Dreieck. Ich will da rein. Ey, ab nochmal in Höhlen. Wenn wir das Item haben, wo ich es hinterbauen wollte, dann wird es auch alles viel einfacher noch. Können wir eigentlich auch fürs Fahrzeug so eine krasse Bohrstufe machen, oder? Ja, also, ich glaube wirklich. Wie voll ist er jetzt? Oh, schon ein bisschen. 8 Pfund 32. Das ist ja ein Stück. Kannst du nochmal von Hand auf Hand abbauen, wenn du willst. Ich denke, das ist ja krasse Bohrerprogramm. Ich weiß auch noch nicht. Eh, nur einen einzigen Platz. Ey, 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 woher wir zu hin? Ey, 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 woher wir zu hin? Komm, komm. Ey, ey. Der Computer sagt gerade, nein. Über uns auch nicht viel. Ach, mit dem Großen. Eklige Unkrautpflanzen. Wir haben den Hey. Der arme Berg. Weil man merkt wortwörtlich, dass du Berge hast. Man merkt es so gut. Kann man zum Beispiel sagen, mal nach Italien. Haben wir Sonne? Oder warum ist bei mir nicht gerade aufgefüllt? Ah, das ist doch wahr. Weil wir diese Sengs haben. Die machen ja unendlich einfach. Wenn ich auch gut mache, die machen ein Stromsystem. Alter, du hast die Hälfte ein Stück des Berges einfach weggefegt. Jetzt hörst du mich noch an. Ich falle mal weg. Ja, ich erinnere mich. Und hässliche Krümelpflanzen, die einfach nur hässlich scheiße und dumm sind. Ich habe aber auch nicht anzudang, wenn wir im Auto sind. Ich mache mal den Kompass an. Was denn? Kompass-Sicherheit, falls wir uns verlaufen, weißt du? Oh, ja. Hat er eine Kompass an? Eigentlich praktisch gesehen würden, müssten wir noch nach hinten fahren. Und so. Äh, hast recht. Aber ich kann gerade, das ist schon so gut standen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe die Fischung gleich gibt, das Fahrzeug. 132. Liegt auch noch so krank. Ich glaube, das reicht gleich. Wenn der Tank voll ist, reicht das. Oh mein Gott, wie viel jetzt. Ich glaube, die Geförstung, wir werden uns gleich, äh, wieder, ja. Verlaufen. Verwirren. Ja, nicht. Du weißt, wir müssen uns auch nicht wegfahren. Du hältst nicht mal das Lenkrad fest, sagst du mal bitte. Oh. Wir hören die ganzen. Wie viel läuft der? Das ist fast voll. Wir steigen nochmal aus und machen hier. Adau. Wir packen mal alles hier drauf. Wenn er voll ist, dann unser Inventar einfach voll. Warte. Okay, einen passt da noch rein. Voll. Ist er voll? Du musst genau unsere Inventare voll machen. Ich kann nur einen mitnehmen. Was ist denn ein Inventar so voll? Mit Verwindung, ey. Die wollte ich doch hasse, ey, ich hab sogar gesagt, ich will die alle wegpacken noch. In so einem Mutterschlupf. Wie hast du sie weggepackt? Keine Ahnung. Ich weiß gleich, wo du die alle hinpacken kannst. Mach doch einfach einen Zusatztisch damit. In den Schredder. Nein. Behalte dich schön in meinem Rucksack. Wie immer. Ich kann nie wieder was tragen. Ich brauche noch eins. Ich habe auch eins. Also alles gut. Haben genug. Ich brauche noch eins. Dann haben wir das Maximale rausgeholt, glaube ich. Ja, nein. Strom. Ist gleich weg. Ich weiß nicht, ob er mich umregen will oder mich retten will. Ich weiß nicht, ob er sich zu retten hat. Ja, komm mal raus. Habe ich eins? Mir fehlt noch eins. Ich muss mal kurz hier raus. Du musst das Fahrzeug rauskriegen. Ja, wir bohren uns gleich einmal wieder nach oben. Aber da kann ich so sehen. Du musst doch eins. Danke, Jay. Ah, Pans. Hier, ich habe es gefunden. Hier, ganz so über uns. Hier, wenn du ganz nach oben guckst. Wie ich einfach gerade automatisch reingeflogen bin. Ich kann fliegen. Ist jetzt auch keiner in der Mitte vom Board hier durch. Das ist ein unsichtbarer. Und fährt für uns. Was? Oh, wow. Ja, ich muss das gleich abbauen. Sorry. Ähm, warte. Du kannst auch mal fahren, Jayce, wenn du willst. So, ich könnte es fahren. Okay. Komm, fahr der Degen. Fahr gegen. Ja, ja, hier war das Problem. Ach ja, das war das, wo du gesagt hast, ich hasse Berge. Darf ich das nochmal erwähnen? Ich erinnere mich. Die Änderbären aus South Park. Boah, schau, 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 wie schnell wir jetzt werden. Wir müssen abbiegen. Gar nichts müssen wir abbiegen. Dach nach rechts. Dach nach rechts. Ach so. Nein, nicht dein rechts, mein rechts. Ich mein vom Spiel aus rechts, das Ding. Pass auf, klippen. Gar nichts, das Ding. Also würde ich klippen, schluss. Aber du kannst nur rüberjummen. Ich dachte, du würdest gleich mit dem Einteil in der Clipping, was willst du dann machen und nie wieder rauskommen? Also den Tank abnehmen und weglaufen. Scheiße auf das Fahrzeug, scheiße auf den Bohrer, wir lassen einfach alles liegen. Das ist aber nicht so gut. Boah ist manchmal zu mächtig. Ich hab Grafit gefunden. Warte mal kurz, halt mal kurz an. Du könntest ein Grafit mitnehmen da drauf. Du hast einmal gemischt drauf. Ne, warte, wir müssen das erstmal abladen und dann kommen wir gleich nochmal mit dem neuen Tank her. Ist das überhaupt drin? Fahr einfach weiter. Ach, stimmt, ist ja, Dings. So, ich hab eins mit. Perfekt. Ja, warte. Ich nehme mal auf den Tank ab. Den Tank hier hin. Ich glaube, wir könnten da zu Fuß hingehen und das einfach wegsaugen. Ja, aber es ist zu langsam. Wenn du da ein einziges Mal hingehst, aber mit allem Dings, dann ist es viel schneller. Dann fährst du da hin. Wie heißt du, kein Fortschritt? Ich bin erst jetzt mit einem Grafit zurückgekommen. Also mal bitte. Ja. Hier. Den Tank lassen wir auch einfach hier. Wir brauchen jetzt... Ich nehme einfach den Gemischtank. Ist mir jetzt egal. Ich suche mir erstmal einen leeren Tisch aus, wo ich das hinpacken kann, ne? Diese Verbindungen. Ja, dann nehme auch den, wo die Statuen waren. Oder ich nehme einfach... Ja. Okay. Hey, hier sind auch... Scheiß auf die Statuen, die werde ich gleich wegschreddern. Brauchen wir nicht. Absoluter Schmutz. Und so plötzlich am Endspiel muss man die einsetzen oder so. Wir... Ey, du hast schon den YouTuber-Playwerten davon zerstört. Und das werde ich niemals vergessen. Ich hab's gesehen. Oh, das Café. Bist du gerade in ein Loch gefallen, oder wie? Ich bin ein Rückwärtsgang im Spiel. Geht es auch knapp. Also wir haben sechs Verbindungen. Plus die Verbindungen, die ich jetzt die ganze Zeit erstmal benutzen werde. Fürs Erste. Ja, okay. Also ich glaube, man... Ich glaube, es ist zu gefährlich, mit dem Bowers abzubauen. Deswegen ist es sauerhaft. Recht. Habe ich dir auch gar nicht gerade vor drei Minuten gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist zu viel Grafit. Wer nicht auf mich hört. Ja, aber trotzdem mit dem Tank hier hinkommen. Das ist nur... Um Inventar aus da reinzufangen. Ich glaube, ich habe sogar einer dieser Grafitteile einfach aufs Auto gepackt. Ich glaube, du bist damit einfach weggefahren. Ja, aber egal. Er ist mir ganz in den Tauch vor. 400 Bytes für dieses Forschung. Okay. Ich würde auch sagen, das Video ist wieder zu lang, ne? Ja, gleich. Warten wir jetzt, bis er wieder da ist und dann beenden wir die Folge. Kannst du auch helfen, denn jetzt ist es schneller zu Ende. Blösen wir aber nicht... Weißt du, ich kann aber nicht schnell vorankommen. Ich muss dir gerade Verbindungen ablegen. Ja, und dann bist du ja fertig damit. Man muss sich noch das Forschungsgegenstand hinlegen. Bytes machen. Bisschen Schrott zerschreddern. Bisschen Schrott zerschreddern, ja. Das sind so viele kaputte Auftriebe. Lass dir irgendwas zerschreddern. Ich glaube, nach dieser Folge muss ich mal kurz ein anderes Spiel nochmal weitermachen. Und zwar Wolfenstein, sonst werde ich niemals fertig. Sonst muss ich jeden sechsten Tag gefühlt immer so ein neues Video drehen. Das ist problematisch. Wenn Tars würde es liegen. Das ist das, was sich droppt, einfach nochmal rein. Das sind so aus Harz eingesammelt. Das ist ohne ziemlich ganz hart. Danke, Jason. Ja, guck mal da hoch. Guck mal hier. Ja, boah, kannst du dich da... Kannst du trotzdem richtig abräumt, wenn ich da stehe? Doch, und ich will es. Gut. Da unten noch. Eins. Ganz da unten ist auch nochmal was. Ich würde es fast ärgerlich sein. 23 von 32. Wie viel? 23.